Mit Entertain können Sie auch ganz bequem Webradio nutzen. Gehen Sie hierzu im Menü des Media Receivers einfach in den Punkt Musik hinein und dort auf Webradio und schon wird der entsprechende Stream geladen. Mit den Pfeiltasten können Sie ganz bequem zwischen den Sendern hin- und herschalten. Wir brauchen die Sendern hin- und herschalten. Mit Blick auf den Pfeiltasten können Sie eine sehr gute Nachricht. Die Sendern hin- und herrschalten können Sie mal wiederholen. Untertitelung des ZDF, 2020